Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part in Oberwatsch wir spielen mit Genji mal gucken wie es läuft ich bin ein wenig am üben mit Genji ich finde den ziemlich nice ist halt stark sehr stark sogar ach nee ich spiele wohl eher einen Tank Schade so dann spielen wir Rotog ich finde das so nice Lucio wäre noch nice gewesen so und wo ist der Genji nicht mehr anwesend die haben zwei Rotogs die haben zwei Rotogs so rein da was war das oh ich kann nicht treffen wieso treffe ich nicht hier ich kann nicht mehr da ich bin auch wie sind die die sind die sind die sind die sind du stirbst du stirbst du stirbst auch Wtf? Schnell heilen. I knew. So. Okay. Der Grab des Todes. Ja. Nichts bekommen. So. Schade. Mal den Zug nehmen. Schade. Kommt. Oh fuck. So läuft der gar nicht so schlecht. 6-1 ist eigentlich ganz okay. Ich bin nur einmal gestorben. Okay. Ah, ich habe irgendwie so viel Ruckler leichter. Pixel Roadhog. So. Dann holen wir das Ding nach Hause würde ich sagen. Mal sehen wir wieder mit 2 Roadhogs spielen. So. Du bist mal tot. Und du bist mir auf den Sack. Nein. So. Dankeschön. Dankeschön. Ich lebe noch. Dankeschön. Urte stehen ist auch nicht so gut. So, Kamio, wakatekyo kurei! Gibt's ja nicht. Leute, Leute, Leute. Ja, Tor. No Unterstützung. So wird das nix, Leute. Jetzt aber schnell dich, das schaffen wir doch. So rein da. Ja, schade. Ach Leute. Ja. Schade. Loops mit einem B. Ah ja. Was gibt's da zu kurz? Immerhin mal ne Lucio. Reaper hier. Reaper hier. Ich seh irgendwie schwarz mit zwei Reaper. Ja, okay. Ach, ich komm mal Genji. Wie geht's denn? Wie geht's denn? Wie geht's denn? Vielleicht bringt's dir was? Ich hab dich irgendwie in Sida. Ach, das ist mein Schatz. Ach, das ist mein Schatz. So? Ihr habt euch nicht mehr ohne vertreten. Ja, ich weiß das Ziel war. Ich bin bereit. Oh Leute, was ist los? Hey Nuuu So, du bist tot. Du auch. Fertig. Wenn jetzt noch einer Tank spielen würde, würde das vielleicht sogar funktionieren. Ich hab dich im Visier. Ah, ich hätte... Ich hab dich im Visier. Ah, wir können das noch nicht mal schaffen. Go, go. Genau. Madamada. Da geht der. So, ich bin gleich tot. Und ich bin tot. Aber wir schaden uns. Oh, eine Verlängerung. Und das war's. Sehr schön. So. So Leute, anscheinend mir mal das Play of the Game. Bowli als Rodak. Okay, das hat mich schon bevor ich das gemacht habe. Und das war nice. Geben wir's dem Lucio. Fühlt sich ein Level Up aus? Nö. So, dann sag ich euch Danke fürs Zugucken Leute. Und ciao.